Bei einem Tag der offenen Tür konnten Schüler und Lehrkräfte der Willy-Brandt-Schule einer breiten Öffentlichkeit das breite Spektrum des schulischen Angebots vorstellen und näher bringen. Ein wichtiger Tag im Schuljahr an der Willy-Brandt-Schule, weil es hier die einzige Möglichkeit ist, zu der sich alle sieben Berufsfelder, die in der Willy-Brandt-Schule auch vertreten sind, präsentieren. Wir haben, und das ist letztendlich an jedem Berufsschulstandort immer das Gleiche, keine Konkurrenz zu anderen beruflichen Schulen. Das heißt, die Berufsfelder und die Ausbildungsberufe, die an der Willy-Brandt-Schule ausgebildet werden, die gibt es dann, was Gießen betrifft, nur an der Willy-Brandt-Schule, andere Schulen, andere Berufe oder Berufsfelder. Die Berufsfelder, die an der Willy-Brandt-Schule vertreten sind, sind das Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung. Der größte Ausbildungsberuf ist da der der Einzelhändlerinnen und Einzelhändler und Verkäuferinnen und Verkäufer. Das Berufsfeld Gesundheit mit den ganzen Helferberufen, medizinische Fachangestellte, tiermedizinische, zahnmedizinische Fachangestellte und so weiter. Wir haben das Berufsfeld Agrarwirtschaft mit dem großen Ausbildungsbereich der Gärtnerinnen und Gärtner und der Floristinnen und Floristen. Wir haben das Berufsfeld Drucktechnik und Mediengestalter mit Mediengestaltern und Druckern. Das Berufsfeld Farbtechnik und Raumgestaltung mit Malern und Plakierern, Raumausstatterinnen und Raumausstattern, Polsterinnen und Polstern. Und last but not least das Berufsfeld Textiltechnik und Gestaltung. Wir bilden hier beispielsweise vollschulig die Maßschneiderinnen aus. In unserem, noch gibt es dafür nur einen Arbeitstitel, wir nennen es Bistro, andere nennen es Gastrowürfel. Da fand heute die Schlüsselübergabe statt. Das heißt, aus Mitteln des Kreises wurde binnen Jahresfrist dieses Gebäude erstellt, mit dem Ziel, unsere Schulgemeinde auch verköstigen zu können. Es ist etwas anderes als eine klassische Mensa, wie man die vielleicht aus allgemeinbildenden Schulen kennt, weil auch die Ernährungsgewohnheiten und Bedürfnisse von Berufsschülerinnen und Berufsschülern andere sind. Der Schwerpunkt liegt tatsächlich hier auf der Kaltverköstigung mit Brötchen und Salaten. Nichtsdestotrotz besteht auch jeden Tag die Möglichkeit, ein warmes Gericht zu sich zu nehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017